Bei Labern findet Wickmann eine neue Heimat. Ihre Tänze sind unmittelbarer Ausdruck des Erlebten. Was sie sich bisher nur heimlich in ihrem Zimmer getraut hat, kann sie jetzt offen und mit allen anderen tun. Sie bewegt sich ohne Zwang und ohne Formvorgaben. Sie wollte die Zuschauer an ihrer Erfahrung teilhaben lassen und wollte dabei so weit gehen, dass sie auch eigene Erfahrungen machen konnten. Sie hat oft gesagt, dass hinter ihren Tänzen keine tiefere Bedeutung verborgen ist. Dass darin zu sehen sei, was man in ihnen zu erblicken wünscht. Sie scheute sich auch nicht durch die Provinz zu reisen und auf spartanisch ausgestatteten Bühnen aufzutreten. Sie wollte, dass jeder sie sehen kann. Ihre Leidenschaft und der Glaube an sich selbst zieht viele an. Stimmengewirr